Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu unserem neuen Dungeon Guide in der Zierde der Wogen Weg 1 hier auf guildnews.de. Mein Name ist Sputti und wir durchlaufen heute den, wie bereits umerwähnt, ersten Weg des Kodan Dungeons. Der ist ausgelegt für Level 75 oder 78 im Story Mode und, was halt interessanter ist, natürlich Level 80 im Explorable Mode. Und genau darum soll es hier jetzt auch gehen. Und in dem Guide selber werdet ihr die wichtigsten Dinge zum Dungeon erfahren. Weg 1 ist der einfachste und schnellste Weg im Kodan Dungeon. Und ihr werdet natürlich neben den wichtigsten Dingen zu den Bossfights und den Wegen auch ein wenig was zu den Bereichen erfahren, wie man Teile skippt und wie man die Mobs am besten kite. Das hatten wir jetzt hier gerade bei der ersten Mobgruppe zum Beispiel ganz schön. Da zieht man die nämlich unten um die Ecke, so ein bisschen Line of Sight, sodass die alle an einem Punkt dann knubbeln und man sie einfach mit AOE zügig downnewken kann. Das macht sich in unserer Gruppe besonders bezahlt durch die drei 100 Blades Warrior. Man muss dazu sagen, ich bin hier mit einer Mischmasch Random Gruppe unterwegs. Ich habe zwei Leute aus der Gilde dabei, zwei Randoms am Start dazu und dementsprechend läuft es auch manchmal ein bisschen chaotisch ab, als ich es eigentlich haben möchte. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Und ja, nach der zweiten Mobgruppe kommen wir hier zum ersten Part, den man skippen kann. Das lief im ersten Try nicht so gut, weil einer der Randoms noch auf den Eiskristall gehauen hat. Deswegen jetzt hier quasi Runde Nummer zwei. Wichtig ist, ihr lauft hier am besten mit Sweet Buffs einfach durch. Ihr ignoriert die Mobs, die hier sind. Ihr ignoriert den Kristall, der hier links steht. Das ist ein kleines Event, da kriegt ihr eine Eventbelohnung. Das ist auch das Einzige, wofür es sich vielleicht lohnen würde, das zu machen. Zeitlich wollen wir halt möglichst schnell hier durch. Ihr seht das am Dungeon-Video, es ist 13 Minuten lang. Ich werde allerdings gleich zwei Boss-Fights zwischenzeitlich mit erhöhter Geschwindigkeit zeigen, weswegen das Video eigentlich 19 Minuten und 42 Sekunden lang gewesen wäre. Oder dieser gesamte Dungeon-Run. Auch inklusive des kleinen Fates, den wir ebenfalls rausgeschnitten haben. Hier geht es darum, dass wir über die zwei Dächer springen und dann eigentlich direkt runter zu diesem Eistroll-Champion-Eistroll gehen, ohne dass wir in diese Bredouille kommen, hier mit der Eisbrutgruppe zu kämpfen, beziehungsweise mit dieser Norn-Gruppe. Denn normalerweise würden wir hier an dieser Stelle einfach durchspringen, den Champion hinten an die Wand kiten und so den Kampf hier umgehen. Da jedoch gerade der Random hier im Sprung runtergefallen ist, müssen wir uns hier mit der Gruppe prügeln. Hier gibt es auch noch eine patrouillierende Eisbrut-Wolf-Gruppe. Die sollte man am allerwenigsten erwischen. Dann hat man sozusagen Worst Case und hat dann relativ viele Gegner am Hacken, was ein bisschen nervig ist. Das heißt also, jetzt haben wir hier glaube ich zwei, schon mal einen kleinen Teil dieser Eisbrut-Eistwolf-Gruppe gepullt und auch von hinten den Champion. Hier lief es jetzt wirklich ein bisschen chaotisch ab, muss man sagen. Das ist aber auch so der einzige Part, der ein bisschen schief gelaufen ist. Das ist halt ein kleines, gewisses Risiko dabei, wenn man eben nur, wenn man halt versucht, bestimmte Wegteile zu skippen, die nicht so einfach sind. Habt ihr dann die Mob-Gruppe hier besiegt, beziehungsweise habt ihr sie gar nicht erst getroffen, dann zieht ihr diesen Eistroll hier um die Ecke. Ihr verhindert in dieser Position, dass ihr weitere Gegner zieht, welche Art auch immer. Es sei denn, ihr seid zu langsam, so wie wir jetzt hier gerade, dann haben wir hier die zwei Eisbrut-Wölfe jetzt auch noch gepullt und quasi das Chaos-Perfekt, dass man sich hätte alles ersparen können. Habt ihr den Eis, also der Eistroll selber, macht jetzt nicht groß irgendwie Damage. Er kann uns zu Boden schleudern, schlägt relativ feste zu, wird allerdings meistens alles durch Kombo-Wasserfelder, zum Beispiel durch die Waldläuferquelle, größtenteils rausgeheilt, sodass wir jetzt hier nicht auf groß irgendwas gucken müssen. Falls Leute jedoch down sind, solltet ihr die schnell ressen. Ja, das ist hier ein bisschen Miss-Communication. Ich dachte, da wird gerest und da wurde dann aus Versehen der NPC wiederbelebt und eben nicht unser Warrior, der dann zum Ende noch Rache gezündet hat, anstatt liegen zu bleiben. Das war, glaube ich, einer der Randoms, was schlussendlich dafür gesorgt hat, dass wir ihn gleich nach dem Fight hier vom Boden aufkratzen müssen. Habt ihr den Troll besiegt, öffnet sich die Tür und ihr bekommt eine kleine Dungeon-Kiste und kommt direkt weiter zum nächsten Boss. Man muss sagen, das macht der Weg hier sehr, sehr gut. Wenig Trash, viele Bosse. Gleich zur Umarmung der Betrübnis Weg 1, da war auch relativ wenig Trash. Flammzitter Weg 1 ist ebenfalls damit zu vergleichen. Halt sehr, sehr gut machbar, wenn man besonders viele Marken, Dungeon-Marken farmen möchte. Die einmalige Gold-Belohnung ist, glaube ich, auch recht praktisch. Einmal täglich gibt es hier ein Gold-Zusatz-Belohnung. Ich sage mal, bei einem 20-Minuten-Run sind ein Gold als Belohnung, denke ich mal, ganz in Ordnung, wenn man so drüber nachdenkt, was man teilweise an anderen Stellen so farmt. Und dann kann sich das durchaus sehen lassen. In Kombination natürlich jetzt gerade mit der lebendigen Geschichte und dem zusätzlichen lebendigen Geschichtserfolg, dafür, dass man das Dungeon abschließt, da ist natürlich dann Weg 1 prädestiniert für, sollte man eventuell dann in diesem Fall auch nutzen. Hier, nächster Boss-Fight, sehen wir erstmal eine große Gruppe von Non-Elite-Mobs oder von einfach normalen Gegnern. Die zieht man hier ebenfalls, seht ihr, sehr, sehr schön Line of Sight, sodass die um die Ecke rum müssen im 100 Blades von den Warriors sterben. Dann wartet man am besten, bis die erste Eisbrutgruppe, oder Eis, ja doch Eisbrutgruppe, ein bisschen nachgespawnt ist und man diese dann ebenfalls hier Line of Sight besiegen kann. Und dann widmet man sich dem eigentlichen Boss-Fight, der steht nämlich, der Boss steht nämlich hier links auf der Treppe. Gedanklich, also gedacht war es zumindest so, dass man den hier von vorne bekämpft. Ihr seht die sechs Eisfelder, wenn ihr da drin steht, bekommt ihr ein bisschen Schaden und zwischendurch wachsen diese Eisfelder und ihr kriegt ein bisschen mehr Schaden. Und diesen Schaden gilt es eigentlich genau zu verhindern. Und das ist der Grund, warum wir uns am oberen Rand dieser Treppe sammeln. Dieser obere Rand der Treppe sorgt allgemein halt dafür, dass wir gar nicht erst in dieses Felderproblem kommen, was wir da unten haben, und trotzdem viel Platz haben zum Ausweichen und nach hinten gehen und ähnliches. Der Boss selbst hat eine Eisfähigkeit, die er auf dem Boden platziert, die Damage macht, aus der man rausgehen sollte. Die macht er allerdings nur bei einem kleinen Phasenwechsel. Während der restlichen Zeit greift er an mit Auto-Attacks und mit so einem Eisfrost-Zauber, der drei Leute auf einmal trifft, die nah beieinander stehen. Dieser Eiszauber macht relativ viel Damage. Dem sollte man dann gegebenenfalls ausweichen, wenn es mit den Lebenspunkten mal ein bisschen knapper wird. Dann kommen zwischendurch die Phasenwechsel. Die kommen nach Zeit, nicht nach Lebenspunkten. Und da spawnt er dann Mob-Gruppen. Das seht ihr hier. Die Mob-Gruppe kennen wir schon vom Start relativ gut. Und ja, die sollte schnell erledigt werden. Besonders praktisch ist hier an der Stelle ein Wächter, der zum Beispiel mit einer Wall dafür sorgt, dass sie alle auf einer Position stehen bleiben. Ja, wir sehen, der Boss-Fight variiert kein Stück. Ja, es ist jetzt im Prinzip immer und immer und immer wieder genau derselbe Schritt, weswegen wir jetzt hier auch das Ganze mal ein bisschen hochgespeedet haben, sage ich mal. Das heißt, wir gucken das Ganze jetzt in vierfacher Geschwindigkeit. Wichtig ist natürlich, wenn Verbündete sterben, schnell den Rest anzubringen, Mobs schnell zu töten und ansonsten halt von oben immer auf den Boss zu hauen. Zwischendurch nach hinten ausweichen, das mache ich hier relativ häufig. Ihr seht meine Lebenspunkte. Dieser Damage, der da durch die Eiskristalle kommt, ist ein bisschen nervig, weswegen darauf auf jeden Fall geachtet werden sollte. Wenn Verbündete in den Nahkampf geht und da stirbt, sollte der ebenfalls schnell gerestet werden. Hier natürlich sehr gut in Kombination mit meiner Quickness. Und ja, ansonsten ist es wirklich nur ein relativ stupider Boss-Fight. Ein bisschen muss man seine Lebenspunkte schauen prinzipiell, aber trotzdem, würde ich sagen, gehört es zu den einfachsten Boss-Kämpfen. Ja, jetzt haben wir hier die letzten Sekunden des Boss-Fights. Schauen wir uns das nochmal in Normalgeschwindigkeit an. Nach vierfacher Geschwindigkeit, muss man sagen, sieht das fast aus, als wäre es in Zeitlupe. Ja, habt ihr den besiegt, bekommt ihr hier eine Wegmarke. Ist noch nicht mal unbedingt nötig, weil so viel gelaufen sind wir auch nicht. Hinten ist auch eine Truhe. Und dann geht es gleich unten durch dieses kleine Loch im Boden weiter in den nächsten Raum. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr möglichst auf dem Balken landet, weil ihr sonst einen Sturz aus der hohen Höhe nicht unbedingt überlebt. Das ist wichtig, wobei im Prinzip auch nicht so wichtig, weil die Leute unten einen natürlich theoretisch wiederbeleben können. Seit ihr unten angekommen, gibt es den nächsten Part, den es zu skippen geht. Hier ist links eine Mob-Gruppe, rechts eine Mob-Gruppe mit einer Balliste. Das interessiert uns allerdings alles überhaupt nicht, denn wir wollen hier einfach nur zügig durch. Deswegen skippt man im Normalfall eben diesen Part hier mit der Balliste, hüpft einfach drüber und geht dann in den Gang mit den Fallen. Die Fallen knockbecken einen, wenn man da reinläuft, diese roten Kreise. Und das sollte man verhindern. Sehr, sehr praktisch ist es da einfach links am Rand entlang zu laufen, denn darum geht man so ziemlich jedes Feld. Ich glaube, die ersten zwei sind die einzigen problematischen Felder. Am Ende dieses Fallengangs erwartet uns dann ein silberner Gegner. Und wenn ihr diesen silbernen Gegner besiegt habt, öffnet sich die Tür und ihr kommt in den nächsten Raum und das ist schon der Raum vor dem Bossraum. Das heißt, ihr spürt es auch jetzt schon, der Weg ist sehr, sehr kurz. Dieser Zwischenraum könnte jetzt noch irgendeine Schwierigkeit enthalten, tut es aber noch nicht mal, denn hier stehen einfach nur zwei silberne Kodan. Und als ob wir jetzt nicht schon oft genug gegen silberne Koda gespielt haben, ist das natürlich absolut keine Herausforderung. Ich wollte jetzt hier nochmal schnell mein Pad wechseln, da ich bisher mein Pad immer auf defensiv stehen hatte, um nicht immer noch zusätzliche Mobs zu pullen oder ähnliches. Und da wäre es einfach praktisch, wenn man ein Pad dabei hat, was einen passiv bufft. Zum Beispiel Dschungelpischer mit Macht oder der Moor mit Wut. Und das wollte ich mir eigentlich einpacken, bevor wir hier in den nächsten Kampf gehen. Aber das habe ich nicht mehr gemacht. Ich hätte es auch für den Bossfight noch machen können. Da habe ich es, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, weil wir es einfach nicht brauchen. Es ist ein klein bisschen Zusatzdamage, der dazu durch zusammenkäme. Aber es ist nicht so viel, als dass es sich hier an der Stelle lohnt. Ihr habt die zwei besiegt, geht es in den letzten Raum zum finalen Bossfight. Und auch der ist nicht sonderlich schwer, geschweige denn sonderlich abwechslungsreich. Die Sequenz zum Start wird erstmal natürlich geskippt. Und dann sehen wir hier drei Totems. Schutz, Peinigung oder heißt es Peinigung? Vergeltung und Regeneration. Wichtig ist, dass ihr das Schutz- und das Vergeltungstotem down habt. Das Schutztotem nimmt einfach relativ viel Schaden vom Boss, was den Kampf noch unerträglich länger macht. Das Vergeltungstotem sorgt dafür, dass ihr 200 Damage oder 199 Passiv während jedes Angriffs bekommt. Das ist auf Dauer extrem nervig und ihr müsst vor allem darauf achten, dass ihr eure Lebenspunkte immer im Blick habt. Und um das zu umgehen, lohnt es sich schon alleine, dieses blöde Totem schnell down zu fokussen. Beim Schutztotem ist es ähnlich. Das nimmt relativ viel Schaden weg, kann auch schnell down gefokust werden. Damit ihr allerdings jetzt nicht permanent nur am Töten von irgendwelchen lustigen Totems seid, solltet ihr zum Beispiel die Finger vom Regenerationstotem lassen. Das macht einfach nicht so viel aus, dass es sich lohnt, die Zeit dafür zu verschwenden. Der Boss sonst hat zwei Fähigkeiten. Einmal ein rotes Feld oder ein AOE-Feld um sich herum, das Kühle erzeugt und er fängt zwischendurch an zu wirbeln. Dieses Wirbeln, diese Äxte, sieht man relativ gut. Das kündigt sich vorher an. Das Wirbeln reflektiert Geschosse, weswegen man zum Beispiel, wie ich als Ranger, es relativ schwer hat gegen diesen Boss. Wenn er halt wirbelt, muss man da auf den Nahkampf wechseln. Der Fünfer-Skill vom Langbogen bietet sich auch an. In diesem Fall, um ein bisschen Damage zu machen, das zählt nicht als direktes Geschoss und kann deswegen nicht reflektiert werden. Vergeltungstotem und Schutztotem immer schön down halten. Und dann kann euch bei diesem Bossfight eigentlich ebenfalls nichts großartig passieren, sag ich mal. Ihr werdet jetzt allerdings zum Ende sehen, dass durchaus was passieren kann, wenn man sich überhaupt nicht konzentriert. Das war eigentlich eine relativ lustige Geschichte. Die letzten Sekunden des Bossfights sehen wir wie immer dann auch in Normalgeschwindigkeit. Und da werdet ihr dann sehen, dass plötzlich nahezu mein gesamtes Team sich im Downstate befindet, weil sie sich nah an ihn herangetraut haben und er dann anfängt zu wirbeln. Noch stehen hier die meisten von uns. Ich glaube, eine Person haben wir zwischendurch verloren. Und jetzt gehen die Leute da in den Nahkampf. Das Vergeltungstotem steht noch. Und da hauen die sich teilweise sogar selber in den Downstate und jetzt liegen sie da zu dritt. Sterben ganz langsam. Das sieht sogar so aus, als ob der Boss gar nicht mehr auf sie drauf war. Das tut er aber, glaube ich. Das war, weil er gewirbelt hat und ich meinen Dreierskill oder irgendwer anders einen Skill benutzt hat, der ihn gestabbt hat. Sieht also aus, als hätte er keine Animationen mehr. Hat er aber. Keine Panik. Das ist ganz normal. Und jetzt habe ich hier quasi das One-on-One gegen den Boss. Jetzt fängt er wieder an zu wirbeln. Wer sich überlegt, ob ich warte, bis das Wirbeln vorbei ist, bin dann auf eine Nahkampfwaffe gewechselt, war eigentlich auch schon wieder viel zu spät und bürste ihn jetzt um. Und dann war es das auch schon mit den Dungeons. Eine kleine Abschlusssequenz gibt es, eine Truhe und natürlich die tägliche Belohnung. Wenn euch das Ganze gefallen und oder geholfen hat, dann date uns liken, date uns abonnieren, besuchgatenews.de und wir hören uns wieder zum nächsten Video, zum nächsten Dungeon Guide oder was uns auch immer sonst noch Schönes einfällt.